Hallo, ich bin Carsten in Bayersbronn und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Musik Ja, hallo nochmal. Ich habe ein paar Tage Urlaub und die nutze ich jetzt für einen kleinen Schwarzwaldurlaub. Ich bin hier im Nordschwarzwald unterwegs in der Gemeinde Bayersbronn, liegt bei Freudenstadt und ich habe mir heute als Tour mal den Setteleihsteig ausgesucht. Ich bin mal gespannt. Es soll gleich zur sogenannten Settelei-Hütte gehen. Es ist eine bewirtschaftete Hütte und da soll es angeblich sehr schön sein. Schauen wir mal. Die Aussicht von hier oben ist auf jeden Fall schon ganz toll. Ja, und nicht mehr. Nicht nur im Harz gibt es Betten im Wald, hier im Schwarzwald. Kann man sich auch mal niederlegen, wenn man möchte. Allerdings ist es dafür heute ein bisschen zu kalt. Wir haben es nur knapp über dem Gefrierpunkt. Wir haben ein richtiges Aprilwetter. Heute Morgen, also gegen 7 Uhr, als ich aufgewacht bin, bin raus auf den Balkon. Da stand ich tatsächlich im Schnee. Und hier mal für alle, die nicht glauben, dass es heute Nacht oder heute Morgen mal ein bisschen geschneit hat. Hier kann man noch die Reste sehen. Könnt ihr euch noch an meine Moos-Challenge erinnern? Der Weg ist wirklich gut ausgezeichnet. Allerdings, man braucht halt trotzdem immer eine Karte. Da vorne ist der Weg gesperrt, wegen Baumarbeiten. Heute ist zwar Sonntag, aber ich gehe mal davon aus, dass da noch jede Menge Bäume quer über den Wegen liegen. Und von daher bin ich dann da jetzt auch entlang gegangen. Und war froh, dass ich eine Karte dabei habe. Weil ohne Karte dann wieder auf dem Weg zu finden, ist dann natürlich auch schwierig. Na, schauen wir mal. Bis jetzt gefällt der Weg mir. Jetzt habe ich mich gestärkt in der Sateleihütte, habe einen leckeren Flammkuchen da gegessen. Und als ich mich wieder angezogen habe und losgehen wollte, habe ich gemerkt, dass die Antenne von meinem schnurlosen Mikrofon fehlt. So ein Mist. Ja, ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich bin den Weg zurück gegangen. Und so nach ca. 500 Metern habe ich sie tatsächlich noch auf dem Weg gefunden. Schwein gehabt. So, jetzt sind wir am Rinke-Turm angekommen. Schau, eine wirklich tolle Aussicht von hier oben. So, jetzt war es ganz schön. leichten sonnenschein gibt es auch wieder ganz leichten schneefall verrückt gerade noch schneite es wahnsinnig und jetzt scheint schon wieder die sonne so Bis zum nächsten Mal.